Wir sind zwei von Millionen von Sternen. Die Schlageprinzessin und Nachtigall von Wanne Eickel. Der erfolgreichste deutsche Kinderstar ist mit Millionen von Sternen wieder da. Kann mein Herz rages durch den Wind. Andrea Jürgens, das Comeback-Album 2016. Ich hab die Erlösung. Lang ersehnt, jetzt endlich für sie erhältlich. So klingt moderner deutscher Schlager. Andrea Jürgens, Millionen von Sternen. Wir stellen Ihnen jetzt dieses Hit-Album vor. Endlich ist es da. Das Comeback-Album der Schlagerlegende Andrea Jürgens. Mit Millionen von Sternen beweist Andrea, dass sie nach wie vor zur ersten Garnitur im deutschen Schlager gehört. Diese Zeit, das ist unsere Zeit. Ich tauch ins Licht, fühl mich wie befreit. 14. Brandneue Songs hat Andrea Jürgens für ihre unzähligen Fans produziert. Fans wie uns, die schon in Kinderstar geliebt haben. Die das Mädchen auf dem Weg zur Frau begleiteten. Und die das großartige Comeback der Künstlerin Andrea Jürgens bewundern. Denn wenn du glaubst, dass diese Sehnsucht einmal Liebe war und noch manchmal an mich denkst, als wäre ich noch da. Der Titelsong Millionen von Sternen feierte seine Feuertaufe auf vielen Auftritten wie den Schlager-Star-Paraden und wurde mit großen Ovationen bejubelt. Und auch in den Hitlisten der Radiostation hatte dieser Hit die ersten Ränge reserviert. Wir sind zwei von Millionen von Sternen. Zwei, die sich ganz, ganz nahe sind. Ich hab dir erlaubt, mich zu küssen. Hab dir erlaubt, mir den Kopf zu verdrehen. Dir würde ich erlauben, mich zu verführen. Rosa, rot, die Welt mit mir zu sehen. Ja, die Legende ist zurück. Viel wurde spekuliert über die Rückkehr des erfolgreichsten deutschen Kinderstars. Aber das Herz von Andrea Jürgens schlägt zum einen für die Musik, zum anderen für ihre riesige Fanfamilie. Und darum gibt es jetzt endlich dieses Comeback-Album. Bis mein Déjà-Vu Dies Gefühl wird niemals enden Jetzt ist sie wieder da. Andrea Jürgens. Sichern Sie sich Millionen von Sternen. Und ich schlage zurück Rufen Sie uns jetzt an 080 3x503 für Deutschland, 0820 20 30 87 für Österreich und 0848 266 788 aus der Schweiz. Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 3871 450 450. Auch im Internet sind wir für Sie da. www.shop24direkt.de Darauf haben hunderttausende Fans gewartet. Millionen von Sternen ist endlich für Sie erhältlich. Das Comeback-Album der Schlagelegende Andrea Jürgens. Ich hab dir erlaubt, mich zu küssen. Sichern Sie sich jetzt 14 Songs zwischen Liebe und Tränen. Eine Träne. Zwischen Sehnsucht und Harmonie. Rufen Sie uns an 080 3x503. Selah wie, jetzt oder nie. 14 Songs für nur 17,99 plus Versand. Diese Zeit, das ist so. Endlich gibt es das Comeback-Album der Schlagelegende Andrea Jürgens. Millionen von Sternen, natürlich von Telamo. 080 3x503. Meine Träne auf rosa Papier Und ich frag mich, wie schreib ich es dir? Dass du ihr Herz berührt hast Taut so weh, wie soll's weitergehen? Ich bin da, so heißt einer der Hit-verdächtigen Schlager auf diesem neuen Album von Andrea Jürgens. Zum Glück möchte man antworten. Denn ohne Andrea Jürgens wäre die Schlagerwelt in Deutschland um etwas Besonderes ärmer. Nun steh ich hier Und weiß nicht mehr Was soll ich tun? Ich möchte mehr Ich will nur dich Durch Liebe Dich Wenn die Welt für dich untergeht Ich bin da Ich bin da Lassen Sie sich begeistern Von einem Mädchen, das als Kinderstar berühmt wurde Das mehr als drei Jahrzehnte Schlagergeschichte geschrieben hat Und jetzt wieder schreibt Als Andrea Jürgens sich über Nacht aus dem Showgeschäft zurückzog War der Aufschrei groß Mit diesem Album ist es besiegelt Andrea lässt ihre Fans nicht im Stich Darauf haben hunderttausende Fans gewartet Millionen von Sternen ist endlich für sie erhältlich Fang mein Herz Mag es durch den Wind Das Comeback-Album der Schlagelegende Andrea Jürgens Ich hab die erlaubt Mich zu küssen Sichern Sie sich jetzt 14 Songs zwischen Liebe und Tränen Zwischen Sehnsucht und Harmonie Rufen Sie uns an 080 3 mal die 5 0 3 14 Songs Für nur 17,99 plus Versand Endlich gibt es das Comeback-Album der Schlagelegende Andrea Jürgens Das reicht für Millionen von Sternen Natürlich von Telamo 080 3 mal die 5 0 3 Wir sind zwei Von Millionen von Sternen Die Schlageprinzessin und Nachtigall von Wanne Eickel Der erfolgreichste deutsche Kinderstar ist mit Millionen von Sternen wieder da Fang mein Herz Mag es durch den Wind Andrea Jürgens Das Comeback-Album 2016 Ich hab die erlaubt Lang ersehnt Jetzt endlich für sie erhältlich So klingt moderner deutscher Schlager Andrea Jürgens Millionen von Sternen Wir stellen Ihnen jetzt dieses Hit-Album vor Endlich ist es da Das Comeback-Album der Schlagerlegende Andrea Jürgens Mit Millionen von Sternen Beweist Andrea Dass sie nach wie vor zur ersten Garnitur Im deutschen Schlager gehört Diese Zeit Das ist unsere Zeit Ich tauch ins Licht Fühl mich wie befreit Wieder ein Rüsschen nach Jahren erwacht Und dass du mich liebst Hat mich stärker gemacht Das reicht für mehr Mehr als eine Nacht Dass wir seelenverwandte Sucher sind Das hab ich schon oft gedacht 14 brandneue Songs Hat Andrea Jürgens für ihre unzähligen Fans produziert Fans wie uns Die schon den Kinderstar geliebt haben Die das Mädchen auf dem Weg zur Frau begleiteten Und die das großartige Comeback Der Künstlerin Andrea Jürgens bewundern Denn wenn du glaubst Dass diese Sehnsucht einmal Liebe war Und noch manchmal An mich denkst Als wäre ich noch da Auch wenn die Welt für dich untergeht Ich bin da Ich bin da Bin die eine, die zu dir steht Alles klar Denn ich bin da Der Titelsong Millionen von Sternen Feierte seine Feuertaufe auf vielen Auftritten Wie den Schlager-Star-Paraden Und wurde mit großen Ovationen bejubelt Und auch in den Hitlisten der Radiostationen Hatte dieser Hit die ersten Ränge reserviert Wir sind zwei Von Millionen von Sternen Zwei, die sich ganz, ganz nahe sind Ich hab dir erlaubt, mich zu küssen Hab dir erlaubt, mir den Kopf zu verdrehen Dir würde ich erlauben, mich zu verführen Rosa, rot, die Welt mit mir zu sehen Ja, die Legende ist zurück Viel wurde spekuliert über die Rückkehr des erfolgreichsten deutschen Kinderstars Aber das Herz von Andrea Jürgens schlägt zum einen für die Musik Zum anderen für ihre riesige Fanfamilie Und darum gibt es jetzt endlich dieses Comeback-Album Jetzt ist sie wieder da Andrea Jürgens Sichern Sie sich Millionen von Sternen Und ich schlage zurück Rufen Sie uns jetzt an 080 3 mal die 503 für Deutschland 0820 20 30 87 für Österreich Und 0848 266 788 aus der Schweiz Aus allen anderen Ländern wählen Sie 0049 3871 450 450 Auch im Internet sind wir für Sie da www.shop24direkt.de Darauf haben hunderttausende Fans gewartet Millionen von Sternen Ist endlich für Sie erhältlich Das Comeback-Album der Schlagelegende Andrea Jürgens Sichern Sie sich jetzt 14 Songs zwischen Liebe und Tränen Zwischen Sehnsucht und Harmonie Rufen Sie uns an 080 3 mal die 503 14 Songs für nur 17,99 plus Versand Endlich gibt es das Comeback-Album der Schlagelegende Andrea Jürgens Das reicht für Millionen von Sternen Natürlich von Telamo 080 3 mal die 503 Ich bin da so heißt einer der hitverdächtigen Schlager auf diesem neuen Album von Andrea Jürgens Zum Glück möchte man antworten Denn ohne Andrea Jürgens wäre die Schlagerwelt in Deutschland um etwas Besonderes ärmer Lassen Sie sich begeistern von einem Mädchen, das als Kinderstar berühmt wurde, das mehr als drei Jahrzehnte Schlagergeschichte geschrieben hat und jetzt wieder schreibt Als Andrea Jürgens sich über Nacht aus dem Showgeschäft zurückzog War der Aufschrei groß Mit diesem Album ist es besiegelt Andrea lässt ihre Fans nicht im Stich Darauf haben hunderttausende Fans gewartet Millionen von Sternen ist endlich für sie erhältlich Das Comeback-Album der Schlagelegende Andrea Jürgens Sichern Sie sich jetzt 14 Songs zwischen Liebe und Tränen Zwischen Sehnsucht und Harmonie Rufen Sie uns an 080 3 mal die 503 14 Songs für nur 17,99 plus Versand 14 Songs für nur 17,99 plus Versand Endlich gibt es das Comeback-Album der Schlagerlegende Andrea Jürgens Millionen von Sternen, natürlich von Telamo 080 3 mal die 503 080 3 aç y y y x